herzlich willkommen zu einem neuen video heute ihr seht mandarin cracker gibt es wieder und zwar 500 schuss insgesamt habe ich zehn packungen macht also 5000 schuss und wir werden jetzt gleich 5000 schuss also zehn pakete gleichzeitig zünden das wird ein mega spaß ihr seht wie lang die sind ziemlich genial ja leute weiter geht es zehn stück also 5000 schuss insgesamt richtig geil ich habe die auch schön über lande übereinander gelegt so dass sie sich gegenseitig entzünden ich hoffe das funktioniert alles reibungslos so Ja, das war doch mal richtig, richtig nice, eine schöne Silvesteraktion, was ein Schlachtfeld, mega nice. Eine schöne Silvesteraktion.